Hallo und willkommen zu unserem Halloween Event Guide. Wir schauen uns alle Erfolge an, welche ihr während der Schlotternächte erhalten könnt, so dass ihr am Ende eurer langen, seltsamen Reise die Zügel des Violetten Protodrachen euer eigen nennen könnt, gehen auf die Items ein, welche ihr beim Kopflosen Reiter erhalten könnt und schauen uns an, was ihr für den 10% Ruf und Erfahrungs-Buff tun müsst. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Viel Spaß! Der Meta-Erfolg, geschlottert werde dein Name, besteht aus 11 Untererfolgen. Wir gehen diese jetzt einzeln durch und erklären euch genau, was ihr dafür tun müsst. Angefangen mit dem wohl einfachsten Erfolg Süßes oder Saures, geht hierzu einfach in einem Gasthaus zum Süßigkeiten-Eimer und gebt die angebotene Quest ab. Weiter geht's mit das strahlende Lächeln. Sprecht hierzu einen Gastwirt eurer Wahl an und drückt auf die Option Süßes oder Saures. Mit etwas Glück erhaltet ihr hier einen Schlotterbeutel. Habt ihr kein Glück und zieht die saure Variante, verwandelt euch der Gastwirt in eine beliebige Gestalt aus Azeroth. In beiden Fällen habt ihr einen einstündigen Debuff, welcher euch daran hindert, Gastwirte erneut nach Süßem oder Saurem zu fragen. Öffnet nun den Beutel und mit etwas Glück habt ihr direkt einen Zahnstocher dabei. Benutzt ihn und fertig ist der Erfolg. In seltenen Fällen findet ihr die Zahnstocher auch in der Daily Event Quest-Belohnung. Dazu aber gleich mehr. Den Erfolg maskiert, solltet ihr ebenfalls recht schnell erledigen können. Zieht dazu einfach eine beliebige Maske aus einem Schlotterbeutel und fertig. Etwas aufwendiger ist hier der darauf aufbauende Erfolg, eine Maske für jede Gelegenheit. Hier müsst ihr 20 Masken für jede Rasse die männliche und weibliche Variante aus den Beuteln ziehen. Schaut also unbedingt, dass ihr während ihr online seid, jede Stunde zum nächsten Gastwirt geht und euch den Schlotterbeutel abholt. Letzterer Erfolg wird allerdings nicht für den Meta-Erfolg benötigt. Der letzte Erfolg, für welchen ihr den Schlotterbeutel benötigt, ist die Maskerade. In dem Beutel können Stäbe der Verwandlung enthalten sein, mit welchem ihr befreundete Spieler in das jeweilige Kostüm verwandeln könnt. Die sieben Verwandlungen sind Ninja, Geist, Lebrognom, Fledermaus, Pirat, Skelett und Irrwisch. Der Haken an dem Ganzen ist, dass ihr für den Erfolg von anderen Spielern in die jeweiligen Kostüme verwandelt werden müsst. Sammelt also alle ein und tauscht die Verwandlungen mit einem Freund oder ihr sucht euch Leute, welche die Verwandlung verkaufen. Das wäre natürlich die einfachere Variante. Habt ihr einige oder alle Süßigkeiten einmal eingesammelt, solltet ihr eine Menge G-Nerds in der Tasche haben. Wenn ihr mit dem Buff nun 50 ehrenhafte Siege erringt, gehört euch der Erfolg G-Nerd Zorn. Spielt einfach ein paar BGs und achtet darauf, dass ihr nach jedem Tod den Buff erneuert. Für raus damit müsst ihr tatsächlich nichts weiter tun, als Süßes Sauris zu futtern, bis ihr euch übergebt. Die Dinger droppen sowohl beim Reiter als auch beim täglichen Event-Quest. Packt für Süßes oder Sauris in Azeroth etwas Zeit mit ein. Der Erfolg ist in drei Untererfolge unterteilt und hierbei müsst ihr bei so gut wie allen Gasthäusern eurer Fraktionen in der Scherbenwelt, den östlichen Königreichen und Kalimdor die Quest von dem Eimern voll Süßigkeiten abschließen. Für die Allianz sind es hier bei 44 und für die Horde 47 Eimern in Gasthäusern. Kommen wir zum interessanten Teil der Erfolge. Held der Schlotternächte kann für die Allianz in Goldshire, Karanos und Azurmist erledigt werden und für die Horde in Bril, Klingenhügel und der Falkenwacht. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt des Events ihr angekommen seid, erhaltet ihr entweder die Quest, lasst die Feuer kommen oder löscht die Feuer. Auf jeden Fall müsst ihr, naja, die Feuer löschen. Am besten, da wir meistens los, erledigt ihr das in Goldshire und Bril. Die Quest könnt ihr übrigens täglich abschließen, was auch zu raten ist, denn hier bekommt ihr unter anderem die gewichtige Kürbislaterne. Das Event startet alle halbe Stunde, also zum Beispiel 15 Uhr, 15.30 Uhr, kann aber auch teilweise verbuggt sein, was wir so mitbekommen haben, wo wir auch schon beim nächsten Erfolg sind. Kopfschmuck sammelt hierzu zehn gewichtige Kürbislaternen und schmeißt diese auf jeweils einen Spieler der zehn Rassen. Passt dabei auf, dass dieser noch keine Kürbislaterne auf dem Kopf hat. Am besten, ein Dalaran zu erledigen. Für fauliges Schlottern müsst ihr zwei Quests erledigen. Die Allianz nimmt beide vor Stormwind bei Unteroffizier Hartmann an und die Horde vor Undercity bei Ruferinnen der Dunkelheit Jana. Die Kraft der Pinie Allianz und faule Eier der Horde schicken euch nach Southshore, wobei ihr als Horde Braufässchen mit faulen Eiern beschmutzen und als Allianz diese reinigen müsst. Für die zweite Quest bleibt ihr als Hordler in Southshore und werft drei Stinkbomben im Zentrum ab und als Allianz müsst ihr die Quest bespitzelt das Fest des Weidenmanns abschließen, wobei ihr euch vor Undercity begeben müsst und eben das Fest beobachtet. Alle Quests erledigt, ist der Erfolg auch schon abgeschlossen. Die letzten beiden Erfolge sind beim kopflosen Reiter selbst zu erlangen. Nachdem ihr das erste Mal die Feuer gelöscht habt, erhaltet ihr die passende Quest dazu. Den ersten Erfolg bringt mir den Kopf von Oh, warte mal, bekommt ihr, indem ihr den Reiter einfach erledigt. Zu finden ist er im Friedhof des Scharlachroten Klosters. Für finstere Berufung hingegen müsst ihr den Gruselhelm und Gruselkürbis, welche vom Reiter droppen, gewinnen. Da ihr den Reiter nur einmal pro Tag beschwören könnt, genau wie bei Korin Düsterbräu am Braufest, schnappt euch vier Leute, welche dieses noch nicht getan haben und haut dem Reiter fünfmal auf den Kopf. Natürlich ist das nicht der einzige Grund, warum ihr den Reiter täglich besuchen solltet. Neben Helm und Haustier gibt es mit etwas Glück das ein oder andere Item von Interesse. Pro Kill erwartet euch ein garantierter Ring-Drop für eine der drei Ausrichtungen, den Melee, Heal und Range TD, welche alle auf Naxx 10er Niveau sind. Zusätzlich kann er noch seinen Helm und sein Schwert fallen lassen, welcher ihr im Hintergrund bereits seht. Und am vielleicht wichtigsten, Reittiere. Besen gibt es in vier Arten, episch und nicht episch, für 14 Tage und das gleiche ohne Zeitbegrenzung. Und dazu noch das Mount vom Reiter selbst. Die Zügel des Reiters ist ein Remodel vom Mount Askarazan und lässt sich als Boden- und Flugmount benutzen. Spätestens dafür lohnt sich der Weg zum Kloster definitiv. Bedenkt zudem, dass ihr bereits mit Level 75 die Quests zum Beschwören annehmen könnt. Zu guter Letzt könnt ihr über die Dauer des Events an einen Zwei-Stunden-Buff kommen, welcher euren erhaltenen Rufzuwachs und eure erhaltene Erfahrung um 10% steigert. Als Hordler müsst ihr nur zwischen 20 und 6 Uhr morgens die Asche des Weidenmanns vor Under City looten. Und als Allianzler müsst ihr eine Weidenwache zu Füßen des Weidenmanns töten und die Wächter glooten. Es gibt noch ein paar zusätzliche Quests während des Events, welche aber weder relevant für den Erfolg, noch für den kopflosen Reiter oder den Buffs sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.